Was? Ich wollte gerade drauf picken, dann weg. Die Einladung ist weg, oder was? Musst du die nochmal einladen? Okay. Ah, gut, das ist schade, ey. Okay. Ich finde auch interessant, wie die Kamera sich in meinem Licht anpasst. Weil auf einmal mein... Ja, guck mal rein. Guck mal rein, Nismi. Wow, 6 FPS, ja. Alter, das ist hier... Richtig sexy, hexy, Alter. Ohne das ist so schlimm, wenn ich mich schnell bewege. Das finde ich, uh. Und es ist sogar... Durch das warme Licht hier. Das ist sogar die eine Seite extra etwas rötlicher. Weil das Licht mit reinfiltert. Was ich interessant finde. Jetzt muss ich mal gucken, wie es aussieht, wenn ich dann die LEDs hab. Die ich mir dann da oben... Die ich mir dann da an die Dachstirke hinmachen möchte. Oh, wir haben heute... Oh, ich hab ja noch fast eine Phobie ausgewählt, Loren. Das ist diese Countdown. Dann beginnt das Spiel. Oh. Aber nicht alle sind bereit. Ja und? Dann wird er getötet halt. Warum? Wie heißt das? Wie heißt das Game? In Silence oder sowas. Äh... Sing of... Sign of Silence. Ah... Ah... Sign of Silence. Okay. Oh, ich kann... Ohne, das ist Kategorie. Hallo? Sing of Silence. Drücken sie E um aufzuheben. Alles klar. Oh nein, ich bin noch nicht mal drin. Oh, ach so. Mein Spiel ist abgestört. Was? Ja, ich sehe, dass du grad schwebst. Haha. Dann kann ich zumindest, äh... Gucken, was hier abgeht. Okay. Anscheinend ist unser Auto gecrashed. Ja. Das weiß ich auch schon. Und das Spiel auch. Echt? Also von Markus. Oh, ich kann aufs Auto gehen. Oh, ich bin... Oh, ich bin... Oh, ich bin... Ich bin der Einzige. Oh! Oh! Ja, ach, ich bin drin. Ja. Oh, Markus nicht. Hahaha. 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 Du bist grad gerannt, oder? Das sieht so geil aus. Wie rennt man? Jetzt. Wir wählen mal, Chef. Lade noch einen. Hahaha. Dann müssen wir raus wieder. Äh... Ausgang. Also das Rennen sieht geil. Das ist wirklich geil. Ich kann die Verbindungswiederherstellung, aber... Ne, kann man nicht. Ah, okay. Äh... Also das Rennen ist mega geil. Das sieht geil aus. Hilfe. Also Spielfigur, äh... Äh... Ich nehme mal die... Die Frau. Bin mal bereit. Äh... Äh... Um den Rettungshubschrauber anzurufen, müssen sie den Generator auftanken, die fehlende Sicherung an Funkturm installieren und dann ein SOS-Signal geben. Um auf dem Wasser zu retten, müssen sie ein Motorboot, ein Motor und mehrere Kraftstoffe Kannister finden. Oh, cool. Kraftstoffe. Kraftstoff! Oh, hey, cool. Ich kann mich hier wie... Wow. Also das Rennen erinnert mich ein bisschen an A Forest, wenn ich das so angucke. Nein. Also wenn ich... Da ist man nicht so dumm. Wenn ich... Wenn ich... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Das ist wirklich wie Benny Hill. Wie benutze ich denn das? Wie kann ich denn hier die... Oh, so. Ja, Moin. Oh, Yannick ist auch mit drin. Uuuuh. Wo ist denn? Eine Taschenlampe, oder? Wie benutze ich die? Einfach... Rechtsklick. Ne, linksklick. Ah, ja. Was haben wir denn noch? Sonst nix. Wasser... Sie besitzen diesen Artikel bereits. Klebeband, das können wir aber nicht mitnehmen, finde ich gut. Was war denn das, Alter? Ein Seat Leon. Was macht denn hier so bum bum? Und das Auto, weil ich versuche an das Auto, am Auto hochzuspringen. Ja, dann gehen wir wohl da mal hoch, oder? Ah ne, da können wir ja nicht hoch. Ne, nicht an. Da sollen wir aber hochgehen, um über... Ach, wir sind von der Brücke runtergefallen. Ah, nice. Wir leben noch. Finde ich gut. Das ist gut, ja. Also, ich geh jetzt. Ciao. Brücke E, um Sicherung einzusetzen. Die müssen erst eine Sicherung haben. Alter, bist du ein toter Geist, wenn du mich anschaust, Alter. Hä? Oh mein Gott, da gibt's ein Sprach-Chat. Ja? Wo? Ich hör dich ganz leise im, äh, nochmal reden, wenn du was sagst. Nice, das ist doch gut. Äh, wir müssen jetzt irgendwie einfach rumlaufen, oder? Oh, Spielanleitung gibt's sogar. Lautstärke, Empfindlichkeit, oh. Uh! Wir sollten... Ach so, die Batterie lädt sich wieder auf, okay. Okay. Alter, kann ich das ausschalten? Was denn? Das geben wir auch ne Sache, die ich im Nachhinein. Ich hör dich voll verzögert. Du sagst das so, zwei, fünf Sekunden später, sagst du's nochmal und jetzt ganz leise. Ist doch geil. Könnt ihr das auch hören? Ja, klar. Ich hör nix. Ich hör es schon. Ihr hört das von uns? Nein, ich hör nix. Nein, ich hör das nicht, weil ich's auch boost to talk gestört hab. Wo stört man das um? Ja, da muss man ein Spiel rausgehen. Äh, jetzt! Early Access! Äh, jetzt! Okay, lass uns auch mal rausgehen, oder? Entfindlichkeit nicht. Das ist was erwarten wir von einem Spiel mit ausgeglichen als Bewertung. Eieieieiei! Auch noch! Ich habe alle einen Pushy Talk angewattert. Wo hast du das gemacht? Mein V. Lol. Wegen Fasmo. Ja, jetzt da. Echt jetzt? Hört mich da dann? Nur einer wohl. Ich habe ja gerade irgendwas gehört. Wie mit einem Sump, Alter. Das ging problemlos. Ich habe nichts gefunden. Strom Marsch. Strom Marsch. Ich wundere mich, wie kaputt das Spiel sein könnte mit meinem Autoclicker. Alter. Du hast so ein Autoclicker, Mann. Habt ihr das gehört? Ja, aber mein Licht sieht aus. Als ob hier jemand trommelt. Als ob hier jemand lebt. Oh, da hinten, da lebt jemand. Okay, Licht aus. Also... Oh. Geht... Kann ich dich da wieder raus? Oh, Alter. Ist da irgendwas? Okay. Natürlich passiert sowas. Natürlich passiert sowas. Wenn es einen Besitzer gibt. Wenn es einen Besitzer gibt. Um die Tagebuchskarte aufzuheben. Sind hier... These lines of this part. Page, start a new journalistic investigation. I'm going to explore a town call. Nein, ich kann es auf Deutsch vorlesen, Leute. Ein gewisser Herr Black nahm die Untersuchung von Dunyville auf. Es ist interessant, was da herauskommt. Und mehr steht da nicht. Ja, also... Die schlechte deutsche Zusammenfassung. Oh, jetzt bin ich aus dem... Wieso bin ich jetzt im Hauptmenü? Oh, ja. Oh nein. Warte. Ich habe Verbindungs-Wiederherstellung. Also... Okay. Ich glaube, das wird auch öfters passieren. Um auf dem Wasser zu retten, müssen wir ein Motorboot. Oh, ja. Hey. Moin. Wir sind ja wieder da. Es ist besser, keinen Lärm zu machen. Okay. Okay. Dann... Sitzen... Ehe um aufzu... Es scheint, dass es nicht geöffnet werden kann. Okay. Können wir das öffnen? Dann... Dann... Es scheint, dass es nicht geöffnet werden kann. Okay. Wow, gutes Deutsch. Okay. Was wird das? Ha! Wir haben sie ausgetrickst. Wie springt man normal? Leerthaft. Ha! Wir haben die Europaletten hier. Hey, da liegt was am Boden. Ich habe eine Leuchtpistole. Boah, Mann. Soll ich euch abschießen? Ja, Mann. Ich will mal schießen. Wow. Jetzt sind wir tot. Ich bin weg. Damit hätten wir wahrscheinlich den... ...Helikopter rufen müssen. Dann wären wir gestorben wahrscheinlich. Nein. Jetzt haben wir den. Jetzt haben wir den natürlich nicht mehr. Naja, egal. Aber ich spreche nicht mehr. Oder? Und ich? Nicht. Du auch nicht. Nicht. Da ist Storm doch. Aber jetzt Storm spricht doch. Okay. Jetzt nicht mehr. Ja. Gut. Hier ist nochmal Licht. Ich habe hier irgendwas gerade gehört. Oh, meine Taschenlampe geht aus. Meine Kerze. Oh ja, hier ist es. Machst du einen Autoklicker, oder? Ich hör's schon. Ja, das lädt sogar der Akku auf. Und ich hab noch Licht. Ja, hast du so einen Dreifach-Klicker an deiner Maus, oder ist das so wie... Ich hoffe, ich bin wohl einen Autoklicker. Nennt sich das. Wie... Wie kann ich... Was kann ich mir darunter genau vorstellen? Du kriegst ein Programm. Ah, ein Vogel. Und da steht drauf, wie viel Flicks pro Sekunde du das einstellen willst. Oh, Mann. 1000. Nee, du sollst nicht so viel haben, sonst überträgt es nicht ins Spiel. Du musst so viel im Spiel haben. Ja, um die Falle zu entschärfen. Oh, Yannick macht das schon. Die ist die... Retter. Ich hab niemanden gerettet. Early Access. Du musst wahrscheinlich nur eine Bärenfalle entschärfen. Ja, oder nicht. Jetzt spreche ich wieder, oder? Nein. Bei mir nicht. Sag mal was. Ja, hallo. Jetzt höre ich es wieder. Aber warum? Keine Ahnung. Jetzt spreche ich nicht mehr. Ich hab gerade was gehört. Ja, ich auch. Irgend so. Ah, da sieht man, wie viel Lärm man macht, oder? Ja. Wo? Wo? Ähm, dieses... Anzeige... Wie? Unten. Achso. Unten. Ich mach überhaupt keinen Lärm, gefühlt. Ja, weil wir... Aber wenn wir rennen, dann machen wir auch keinen Lärm. Weil... Nimmt. Äh, die Access. Oh, irgendwas hat sich geladen. Oh. Oh, da hinten! Was? Ah! Seht ihr das nicht? Nein, ich seh da nichts. Oh doch, da hinten ist was. Da ist ein Dude. Lass mal hingehen, das ist bestimmt freundlich. Ja, ja. Hahaha. Ich höre den... Ah! Oh mein Gott, was ist das? Hahaha. Ich hab mich daran gehört. Oh nein. Wir müssen auf die Brücke... Keine Ahnung. Ich glaub, der teleportiert sich gerne. Ah ne, der bleibt da hinten. Ui. Steht da hinten. Ja, Mann. Oh, ok. Sir. Bitte gehen Sie weg. Sir. 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 Können wir Ihnen helfen, Sir? Ich helfe Sir. Ah, ist das freundlich. Weißt du was wir... Ah! Weißt du was wir einfach machen? Ich betont. Ich betont. Ajo. Wie kann ich... Wie kann ich denn hier... Wie kann ich denn hier den Ding... den Voice-Chat nehmen? F? F? Keine Ahnung. F? Lol. F drücken einmal. Hört man das? Hallo? Jetzt gar nicht. Und jetzt? Bin ich sicher so ein Spiel hier würde... Stimmenrekognition benutzen. Lol. Ich glaube das ist nur für unsere Spieler. Glaub ich auch. Ich höre dich sogar noch, Janne. Hahaha. Obwohl du... Stimmt. Hahaha. Oh mein Gott. Wenn ich das wirklich mache, dann legt jetzt die Karte... die Ding auf, Alter. Der hat aber Kopfschmerzen der Dude. Lass mal da hinten rum gehen, oder? Einfach... Ja, wir können so schnell... Wir spritten schneller als er eigentlich. Er teleportiert sich nur. Ich bin tot. Ich bin tot. Stimmt. Ja, tschau Janik. Oh nein. Wir sind nicht alleine im Wald. Was nun? Es kann nur eins... Äh, ich höre da gerade noch mal was. Oh, das Licht hier. Oh, Alter. Haha. Sag mal einer. Ey, da ist ein Haus. Von da kamen wir doch. Nein. Ne. Ist was anderes. Oh, cool. Das ist eine Kiste. Ja, bin ich jetzt tot und kann die wieder wieder leben, oder? Alter, eine Spritze. Alter. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich die... Gold. Gold. Hä? Nicht gut an. Was wird das? Okay. What? Ich glaub in der... Ich glaub in der... Oh. Jetzt bin ich auch tot. Oder? Nee, doch nicht. Was ist das denn? Oh. Oh. Markus wurde vergewaltigt. Markus wurde vergewaltigt. Ja, ich glaub auch. Das ist cool. Ich kann jetzt zuschauen bei dir. Ey, das ist eine Spitzhacke. Ey, das ist eine... Minecraft. Oh mein Gott, das ist wieder da. Weeeeee. Ja, sollen wir nochmal neu starten? Ja, sollen wir nochmal neu starten? Äh, guck mal wo es hier lang geht überhaupt. Wann bin ich hier auf langsamer? Oh, man hat Stamina. Wo? Wo? Keine Ahnung wo, aber... Ich kann... Also ich lauf gerade hier die Treppe hoch. Ja, ich schau bei dir zu. Ich glaub einmal überlebt man. Außer man stirbt. Oh mein Gott, nicht auch nochmal so ein Wesen. Der dich getötet hat. Aber man hat ja auch nirgendwo Leben, ne? Nö, dann weißt du es halt nicht. Ich lauf jetzt einfach mal weg. Wo ist denn Storm? Ja, der ist irgendwo. Der ist in den Orden. Der ist bei einer Kirche. Ne, bei einem Haus. Ah, er ist eigentlich in den Falle getreten. Oh hey, hier ist wieder so ein... Ja, ja, wir kommen, wir machen jetzt mal Bewegung. Warte, ich hab grad was gehört, Storm? Ja. Ich bewege mich nicht. Oh. Aber ich stell's mal auf Englisch, warte. Und dann kommst du... Oh oh. Oh mein Gott. Schon wieder. Ja. Ja, starten wir einfach durch. Ich bin mir nicht sicher, was das hier ist. Ausgang. Wollen sie wirklich abmelden? Ja. Jetzt muss ich aber schnell gucken mit diesem Push-to-Talk. Oh. Nee, F. F. Plaudern. Enter. Was? Plaudern. Oh. Enter. Enter. Sprachjet V. Was spritzt ihr aus wen? Alpha 4. Was ist Alpha 4? Keine Ahnung. Was macht die Spritze überhaupt? Wahrscheinlich leben, okay. Ich weiß, wir wissen, was das ist. Echolation. Was müssen wir nochmal einladen. Ne, Echolokalization. Cool. Den nächsten Gegenstand wählen. Gegenstand werfen. G. Handlung E. Laufen. Plaudern. Plaudern war was? Spielanleitung. Enter. Die Rettung mit dem Lastenaufzug. Die Rettung mit dem Hubschrauber. Motorboot. Ah, okay. Das ist eine sehr gute Spielanleitung. Ja. Ähm. Komm rein, Markus. Einladung. Akzeptieren. Kann ich jemand anders nehmen? Komm, ich nehme mal den Typen mit dem Ding, Alter. Mit der Glatze. Den Eric. Der Eric. Der Eric nimmt doch. Ja, Mann. Christians Charakter muss zuerst sterben. Ein Raketenwerferschuss kann das Monster abschrecken oder es noch mehr verärgern. Ein Raketenwerfer! What the? Ein Raketenwerfer! What the? Ja? Ein Raketenwerfer. Ja, okay. Ich bin auch immer mittels dem Wald eben nirgendwo den Raketenwerfer. Ja. Wer nicht? Ja, wer nicht? Ja, wer nicht? Das ist doch normal. Habe ich gehört. Bei mir sind auch... Hier ist auch... Was ist das? Ist das eine Gabel? Ist das ein Löffel? Ist das ein Pfannenwender? Ist das ein Pfannenwender? Ja, Mann. Hier liegt irgendwas am Boden. Es sieht aus wie so ein Pfannenwender. Es ist kein Löffel, es ist keine Gabel. Ist das nicht mal ein Messer? Ah! Göffel! Was ist das? Ist das ein Göffel? Pfannenwender. Vielleicht haben wir ja gekillt. Kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott! Ach, plaudern ist ein Chat. Lol. Ach so. Okay. Ich hab genug geplaudert. Und Sprachchat ist V. Let's do this, guys. Hat man das gehört eigentlich? Weiß ich nicht. Ich habe auf V gedrückt. Ja, da musst du Nachgang sein. Ach so. Hört man das? Ja. Hört man das? Hallo, hallo? Ja, du hörst das. Oder du hörst mich auch. Ja, tue ich. Geil, Allah. Ja, Mann! Geil! Also, dann suchen wir mal alles. Ich glaub. Ich glaub mir nur was eigentlich ist, wenn wir zu so einem ganz großen Dude hingehen. Hab ich auch gesehen. Es ist eigentlich ein komisches Ding, was mich da verschleppt hab, war die Hexe anscheinend, von der da immer geredet wird. Müssen aufpassen. Hier gibt's wieder Bärenpfannen am Boden. Das stimmt. Und wenn wir Kisten aufmachen, dann macht das Geräusche. Also, wenn wir laufen oder sonst was, dann sind wir echt richtig leise, dann sneaken wir förmlich. Aber wenn du so... Ich hab so ne... Als ich die Kiste geknackt hab, kam die dann raus. Und die hat anscheinend so ein Monster gekillt, oder so. Was ist die Kiste? Ja, die Kiste hat ein Monster gekillt, alter. Wollte hier drüber springen? Alter, du hast dir aber ausgelöst. Dann holen wir uns lieber unter Dings, oder? Hey, da hinten ist wieder so ein Dude. Oh mein Gott. Ah, ich bin runtergefrungen. Ich komm mal nicht lang. Wir holen uns den Raketen, wenn wir davon schießen, dann mal auf den drauf. Ja, das ist aber, glaub ich, keine Raketen drauf. Ich glaub, das ist wahrscheinlich die Leuchtpistole, die die da eigentlich meinen. Nein, ich glaub, Raketenwerfer ist schon ein Raketenwerfer. Ja, man. Oh, ich soll dich schon auf dich schießen. Aber wir haben nur einen Schuss. Ich glaub, das ist eher, um einem Helikopter zu... Also, man kann auch mehr finden davon. Soll ich mal auf den schießen, testweise einfach. Ja, man. Okay. Du musst ihn treffen dann, oder? Oh! Ja! Ja! Na du Fotze! Ist jetzt nicht mehr so cool, oder? Ey, ist der tot! Jetzt ist doch ein Raketenwerfer. Ja, Mann! Hä! 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 Oh, jetzt kann man da rein! Uh, da gibt's Kisten, Alter! Aber die nehmen wir nicht ausmachen kann. und zusammenwirken was scheint das nicht geöffnet werden kann wie warte was zusammenwirken hey komm mal komm immer mal her ich habe ich das habe ich das gerade gehabt ich bin hier habe ich hier hingestellt und hier war zusammen so der weg ist frei keiner kann uns mehr angreifen mit raketenwerfer hier geht's nach chargolift church fishing village river coldstone den will und was ist die kirche wir wollen beten sagen darin ist ja mal was ist das immer für ein geräusch ist die die batterie das spiel hatten hey da vorne ist wieder so ein tut pass auf das ziel passiert dass ich noch zu dir das soll das was soll man wie soll man das umgehen da ist wenn wir einen raketenwerfer finden dann ja hier geht es war habe ich will nicht nur einwohner werden die herumrennen ich habe mir gedacht dass da auf einmal so ein Tittenfischmonster dann rauskommt, wegen der Raketenwerfer, erscheint nicht. Oh, er ist weggegangen. Ja mei, er ist da gegangen wo er wieder zurückgekommen ist, nehm ich auch. Nein. Nicht, okay. Okay. Oh. Oh. Uff. Der hat mich fast gaaah! Der hat mich gepritten! Ah Gott, du wollt! Zu laut! Du hast nicht sehr angeschossen. Ach so, er ist auch nicht tot, du wirst schon in die Höhle gebracht. Ja, ich wurde in die Höhle vergewaltigt. Ist da irgendwas? Ein Fuse. Wartet auf mich Leute. Wissen nicht mal wo du bist? In der Höhle. Was? Fuse. Ah, ich bin ne Steuerung. Hey, da fliegt hier ne Ding. Ja. Ich brauch dich ja nicht mehr. Stimmt! Was brauch ich nicht mehr? Da fliegt ein Ding rum, deine Lampe. Die fliegt einfach durch der Luft. Also wir könnten das große Ding auch anschießen, aber ich glaub das ist unsterblich. Die Hexe. Ja. Hey, da ist wieder ne Ding. Drücke E um die Falle zu entschärfen. Oh, da ist ein Slenderman. Fake Slenderman. Ich bin bei dem Sumpf. Dem Sumpf? Bei dem großen Sumpf. Ich bin nicht sicher, wo wir sind. Oh, ich hab was gefunden. Wissen Sie es? Oh. Weißt du ja nicht was ich gefunden hab? Du hast irgendwas gefunden. Ähm, was ist das? Was ist das? Dynamit, oder? Nimm's mit. Ich hab's mit. Genau. Oh, hier ist ein Haus. Oh, wo ist das? Okay, Hand ist vorbei. Jetzt hat er grad nen Orgasmus bekommen. Ja. Warte mal, Storm. Ja? Er leuchtet was. Wo? Dort drüben. Oh ja, stimmt. Er leuchtet was. Als ob wir das benutzen könnten. Uh. Ja. Drehen. Ui. Ah, hier hab ich ne Karte. Oh, ich hör hier wieder nen Dude. Ich hör hier wieder was zu berücken, Alter. Die feiern hier aber auch Partys. Unglaublich. Hey, da ist die Kirche. Moment, ist das bei der Kirche? Ähm, ich hör grad komische Stimmen. Wow, ich bin auf der komplett anderen Seite. Okay. Wie? Wo siehst du das? Ich bin bei Henry and Sons Swamp. Wo siehst du das? Bei Henry. Ich bin, hab so ne Karte, was. So n, so n Dings. Moment, da muss ich jetzt irgendwo lang gehen? Alles klar, ich glaub ich muss da lang gehen. Um mich zurückzukommen wieder. Alter, was ist das? Kann ich hier einfach so durchgehen? Nein. Ich kann nicht in die Kirche gehen. Ähm, geh wohl hier rein. Es sei denn irgendwas wackelt gleich. Ich würd, ich würd bloß nicht in die... ...Glasschaben laufen. Hä, gut. Riesig Bild in nem Haus. Oh, das ist ne Leiche. Ohne Kopf. Hey, Alter. Äh, ich hab einfach nen Bohrmotor mitgenommen. Ja, okay. Das Ding war ja riesig. Ich hab jetzt zwei von den Dingern. Ah, ich glaub ich weiß was das ist. Dieses Dynamit. Das ist Munition für die Ding. Pistole. Fuse. We have found a new item. Fuse. Was ist Fuse denn? Fuse. Sind Kerze. Ah, okay. Oh, jetzt haben wir zwei und nen Bootmotor haben wir. Wir gehen auf die Bootroute. Hab ich auch gehört. Ja. Wir müssen uns mal finden, Leute. Ja. Wir sind nicht weit weg von einem Turm entfernt. Ja, aber Yannick ist auf der ganz anderen Seite der Map. Ja. Tja. Das ist, glaub ich zumindest. Ich denk mal das... Ah! Gehen wir da oben rein. Ich bin grad doch ein bisschen... Ey, da ist ja Benzin. Nice. Kraftstoffkanister. Oh, ich hab ein Auto gefunden. Funktioniert das? Hier geht's nach... River... Okay. Sieht nicht aus, als ob das funktionieren würde. Riverdale. Das ist aber riesig. Das Auto im Vergleich zu mir. Das war's ja mal ein LKW. Von Michi. Da steht einfach und beobachtet mich. Das ist... Das macht man nicht. Stimmt. Der fährt gerade. Ey, ich hab hier ne... Wir haben ja auch ne Karte. Ja? Wo seid ihr? Ähm... St. Luther Church. Fishing Village. Du bist... Wo... Wo bist du bei... Bei den Holzfelderlager. Swamp. Henry & Sons. Sommel. Oh mein Gott. Ja, wir müssen dann wieder hochlaufen. Die ganzen Weg. Ich weiß nicht, ob ich hoch oder runterlaufe. Ist die Frage. Sollen wir wieder hochlaufen oder Storm? Oder sollen wir zur Fishing Village gehen? Und ohne ihn abhauen? Hey, da ist ne Tagebuchseite. Die örtliche Kirche wurde teilweise doch seltsame Pflanzen zerstört. Es ist interessant zu sehen, wie das herauskam. Hä? Okay. Wo bin ich denn? Ich glaube, das ist so ein Ambient-Sound, dieses... Tch 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 tch. Ah! Toll. Der Bärenfall, oder? So auf den Bärenfall reingetreten. Die sind eigentlich die eigentlichen Endgegner hier. Ist dir mal aufgefallen, dass da ein toter Dude eigentlich liegt? Nö. Alter. Ja. Die ganze Zeit. Wir haben ihn gar nicht gesehen. Was ist hier denn? Das ist... Das ist... Das ist nicht... Was? Ach so. Das ist ein Berg. Ribbon Peak. Und das soll... Und das soll irgendwas sein. Das sollen irgendwie komische Flugechsen sein, oder? Sieht das aus wie... Ist das nicht ein Drache? Schau dir das mal an. Das... Das ist ein Bergspitze. Ach so! Das sieht auch irgendwie so aus, wenn du nah hin gehst wie ein Drache. Gehst du hin? Oh! Oh! Wupps! Tot! Aus! Konkret! Nice! Was schüttelt hier denn so rum? Ich weiß nicht. Ein großes Ding war schon wieder da. Ein ganz großes, oder? Ja. Ich glaube ich konnte direkt vorne. Ich weiß nicht. Es fängt mir leid hier. Oh! Ich höre hier wieder ein... Ich höre hier wieder ein... Irgendwas so... Star, wo bist du? Ach da bist du. Sieht mir nicht schon wieder aus. Ich glaube wir sitzen uns einfach hier hin. Ah man. Ähm... Wenn wir eh die Karte haben, dann können wir auch sagen, wo... Es... Wo sich Anderich das zu tun hat. Wenn er eine andere Karte findet. Ja. Wenn ich jemals wieder eine andere Karte finde. Oh ja. Ja. Du stehst ja... Vor allem wie... Wie gut ist es wenn du so crouchen tust und dich da hinsetzt, dann... Ja. Wir müssen was machen. Ich will hier irgendwo hinlaufen. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn das großes? Es gibt im Wald diese ganz großen Typen. Ja ne, aber so... Die so groß sind die Bäume. Ja ja. Cool. Die bewegen sich aber nicht. Doch. Also ganz langsam. Also es gibt die anderen, diese Wanderer. Die sich teleportieren. Wanderer. Und Wanderer. Was? Schon wieder in der Scheißbären. Wir haben gerade getreten. Also wenn Yannick tot ist, dann... Oder sollen wir zum Fishing Village mal runterlaufen? Ne, warten wir. Wir können auch durch die Minen gehen. Da gibt's ja Minen. Das ist ein bisschen zu weit. Ficken! Was hat dich jetzt getötet? Die Hände. Oh. Ja, die will dich nicht noch einmal sehen. Ja, es wird tot. Ihr müsst jetzt... Also gehen wir zum Fishing Village, oder? Haben wir ein Boot. Wenn das so ist. Vielleicht finden wir Yannick in eine versteckte Tür. Ach komm, der ist unter. Ach komm, der ist unter. Ah, grüß dir. So ein Bullshit. Eine Sekunde bewegen wird passiert ist. Ist die noch da? Ja, die ist immer irgendwo da. Bei mir war es ja auch sofort wieder da. Hallo, ist hier irgendjemand? Die kommt aber nur, wenn du zu laut bist. Hey, du könntest die Truhe eröffnen, aber dann kommt die Hexe hundertprozentig. Macht's auf! Der macht's wahrscheinlich grad auf. Na, ist Christian. Und da ist nix drin. Doch, ne Spritze. Wir machen die Tür wieder zu. Aber wir sind eh nicht mehr über die Spritzen benutzt. Oh hey, da ist noch ein Kanister. Ich hab jetzt Benzin. Und ich hab ne Tagebuchseite gefunden. Ja, ja. Blake trifft Luther persönlich in der Kirche von Danville und ist überzeugt, dass der Heilige Vater wahnsinnig ist. Darüber hinaus wurde er in der Region erneut Leichen gefunden. Ich hör die ganze Zeit immer so ein Ding rum tun, Alter. Ja, von... Oh, wow, Frito. Ja, mei. Jetzt hier. Okay. Uh, noch mehr Spiritus. Alter, die haben mir ganz schön den Ding gefeiert. Oh, Geese. Da oben ist was rotes. Da brennt was. Das ist ein Dämon, oder? Oh. Ne, das brennt. Ja, geh mal da hoch. Na, ist Christian, geh da hoch. Sollen wir da hochgehen? Ja. Ich glaube, wir kommen wieder zu den Minen. Ja. Woher wir das gehen? Er hat nicht unser Ziel. Das ist doch Ballrock, da oben brennt es. Hast du noch die Pistole? Ich hab alles. Okay, ich hab noch Munition. Kannst du das droppen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Oh. Nicht mit der Taste. Oder? Kannst du das? Liegt's in der Luft. Nein. Nein. Äh, ich mein... Hier. Oh. Cool. Nice. Okay. Soll ich den abschießen? Oh. Nee. Okay, ich seh eh nichts. Nur direkte Bedrohungen abschießen, hab ich gehört. Mann, du musst das so verdammt verlassen sein. Nein. Stopp. Oh nein. Ich glaub ich hab wenig Gesundheit auf einmal. Wieso? Der wird schwarz-weiß. Uh, der verfolgt euch. Das rote. Moment. Das rote ist das Feuer. Das heißt, oben war es ein Feuer? Also ich hab den einen Dude angezündet. Der ist echt tot. Ja. Oh, da ist ein ganz großer. Ein aufgespießter. Ja, gut so. Das heißt, es gibt Widerstandskämpfer. Oh nein, nicht schon wieder. Mann, komm. Nein. Nein. Jetzt bin ich am ganz anderen Ende gleich. Oh shit. Ah, du bist am ganz anderen Ende. Ah, fuck. Ich glaub ich bin jetzt tot. Sind meine Sachen gedroppt worden? Ja, meine Sachen sind alle weg. Bis das irgendwie da rein gehen. Ja, geh mal dahin zurück, wo ich war. Mal gucken, ob da meine Sachen gedroppt wurden. Natürlich sind sie gedroppt. Nimm mal alles mit. Wirklich jetzt? Nimm alles mit! Hau ab! Wir spielen noch. Oh mein Gott. Ja, wenn du würdest, oder? Faden wir eine neue Lobby aufmachen. Müsst du eine neue Lobby aufmachen, oder was? Cut unsere Situation. Dann machen wir eine neue Lobby auf. Okay, dann gehen wir raus. Wir haben einen guten Weg Richtung Fischer Fishing Village gefunden. Level Friends in Beite. Oh wow, es gibt Wunde anscheinend. Was gibt's? Was gibt's? Wunde. Wunde? Kannst du ein Ladebildschirm bekommen. Was ist das, was ne gemeines? Nimm mal STRG. Gegenstand werfen. G. Komm schnell rein! Wir starten gleich, was Storm already gemacht hat. Ja. Genial. kann sie rufen ich ruf ihn nur ich esse jetzt mal einen cento sugar oder noch einen cento sugar ich habe auch noch wehschen so drücken sie die kuh um sich umzusehen das sollten wir auch mal benutzen da ist eine spritze wo seid ihr eigentlich da ist Storm das ist doch komische Welt alter wieso wird mir da jetzt der Name von Storm angezeigt und Yannick was ach lol wenn ich diese census mach ja und ich geh weiter weg dann wird mir eure Namen angezeigt ja sehr cool so telepathisch miau 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 wirklich so telepathisch miau 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 aber natürlich wurden die Frauen so gemacht dass die natürlich dann äh sehr sexy aussehen habe ich gehört sehr und ein Bärenfaser mit krass Leggings und so sehr sportlich mhm miau okay wir wissen was hier zu tun ist mhm miau ich hol mir den Raketenwerfer aaaah hier ist die Polizei ich hab den Raketenwerfer jetzt shit hat den Raketenwerfer fuck ey da drüben ist wieder der Dude sollen wir den anschießen oder? nein wir lassen er schießt sich gleich zu uns zu uns ich kann sie halt auch wieder nicht töten okay okay wo ist der Segemühle oder sollen wir gleich Fishing Village runter gehen nach da dahin egal Fishing es ist einfach zu sein wenn wir schon einen Motor finden und einen Krähen wir sollen sie auch anschießen wops wahrscheinlich wahrscheinlich sollen wir sie wirklich anschießen was soll ich denn da tun ja wir schießen die Krähen einfach einfach drum herum laufen die fliegen dann trotzdem weg aber leise da vorne ist noch mal ein Dude wow Jumpscare was soll Jumpscare ah der der ist ganz schlecht der ist am nächsten dran steht das ist nicht so schlimm wenn ich noch weit genug weg stehe vor allem ich hab Flashbacks Leute ich hab Flashbacks oh boy hier schön wieder hier braucht hier bekommt man die Sündkerze oder auch nicht ich bin nicht mehr hier okay fein äh ja hier ist ähm die Sachen zwar noch mal in anderen Positionen ja auch zwei Raketenwerfer aus oh ja Raketenwerfer hier ist eine nochmal ja wir haben zwei Raketenwerfer oh hier ist jetzt nichts mehr hier ist jetzt nichts mehr oder hast du ihn an dem Bootsteg äh ja da war auch ein Raketenwerfer ja ja natürlich läuft natürlich läuft er auch wieder voll durch das Glas durch mh 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 wieder zurück laufen wir lassen jetzt einfach alle von der ding hexe entführen das sind wir alle an derselben position haben wir keine items mehr aber hier ist ein camp du hast du noch das ding aber pass auf nicht 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 da rein laufen unbedingt hey da ist ja bier alter menge bier megamäßig hier ist ein ding ich höre wieder die stimme da ist mir arg ich kann die nicht mitnehmen das muss ich da machen so öffne ich die geleiste wir haben noch mal eine raketenwerfer ja man habe ich jetzt das ist meiner jetzt mein beschein wir haben zwei raketenwerfer ganz oben also wo wo müssen wir denn jetzt oder ich glaube er ist tot oder er schläft ich weiß es nicht wer schläft alter sind überall hier der große weiß gar nicht ob die was machen wenn du die schreien wahrscheinlich dann da kommt die hexe irgendwie so kann ich mir vorstellen wirst du ja nicht ich hab's doch ich sehe es doch auf der m2 fans es wird ewigkeit da und ich würde wenn ich so in der linie durchgehen würde ich wahrscheinlich vertreibt tausende dinger umgegriffen natürlich einfach wir machen es auch wir gehen auch zu dir da das sieht komisch aus kann ich das anzünden ich glaube nicht ich würde halt den raketenwerfer schuss nicht ja ja das verschwenden wir nicht stimmt können wir wenn wir zwei raketenwerfer auf die schießen dann stirbt die hexe bestimmt gleichzeitig oder dann lässt sie weg weißt denn wenn du einmal auf die schießende dann lässt sie vielleicht nach weil die weiß dass du guts hast we showed you guts das zeigst du auch wenn sie sich trifft weil sie sich dann ausweitet aber ist egal wir sind wieder auf dem weg ich hab jetzt keine ahnung wo wir jetzt sind wir sind jetzt hier oben bei henry and sun sawmill da hinten in die richtung ist storm und da ist ein haus da schreibt jemand wo eine katze das ist nicht das letzte mal als ich das gehört habe ich sie die dinge auf ich nehme die knarre ich habe die knarre schon raus du machst licht für uns ok ja das macht licht ja ich mach doch licht bei mir habe ich denn nicht schlecht ich habe eine spritze noch ich habe es wieder aufgemacht und noch mal eine nage oh oh ein hund da war ich oh mein gott renn da kommt es hin naja es hört mich wieder also komm jetzt Kim Christian ist tot jetzt bin ich tatsächlich gestorben ja beim zweiten mal das war richtig unfair ey da war da war da Hund da war da so ein großer Kerl und dann war was Hexe das soll man jetzt machen ey das ist ja gut vielleicht interessiert sich für die unheimlichen Simpfe im Norden vielleicht gibt es dort etwas zu suchen oh wir haben Sprit nice also jetzt können wir nach unten gehen nach unten? ja zum zum Ding zum was? ja zum äh zum Boot ja wo die Frage ist was brauchen wir wir müssen den selben Weg wieder zurück laufen ja dann oder sollen wir nochmal neu starten ja kann ich jetzt immer die ganze neu starten wenn nur noch einer wenn nur noch einer übrig ist dann hätte ich gesagt okay kann man neu starten ja Niko bist du da also ist ja auch wack wenn keiner nicht mitspielen kann ja tja wo bist denn du überhaupt ja das frage ich mich auch ich bin zurückgegangen den Weg ja warte ich warte mal bleib mal stehen nein also ja verteidigen also ja ah da ich schieß mal auf dich ja man ja man ne du bittet bist das macht dir nichts aus wahrscheinlich fliegt durch mich durch seit Wasted also da lang oder ja 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 hier ist wieder dieses komische Hexenkreis wenn du verstehst dann hörst du sie reden dann hörst du sie reden dann hörst du den Whisper ich hab auch mal ich bin in so einem Hausrenker da hatte ich gesagt so you can't see me I can't see you und dann bin ich rausgelaufen oh you can't see me das ist schon süß ja man oh was oh da dieses Ding so der große Dude ist ja gut ich boggeln immer so komisch ich boggeln immer so komisch müsste man einfach testweise mal mit so einem Ding anschießen mit dem Raketenwerfer mal gucken was dann passiert das kannst du machen das kannst du machen das ist ja wirklich gut wie du halt nicht siehst wenn das dir ein anderes Licht an hat hey ein Torso mit ne Hand die fliegt so in der Luft nicht gut oh da ist wieder so ein großer der bugt irgendwie ein bisschen auf der Stelle oh nein Geräusche so wie 99% des Spiels oh da hat ein Hirsch sollen wir den killen dann schieß auf ihn ok ähm ähm unfair ey doppel unfair hat sich einfach aus der Lobby äh äh rausgelockt wieso Bärenfalle hat der dich eigentlich geschlagen der Dude Ben ja der hat mich geschlagen wieso Ren mal wieder dieses mal wieder dieses jetzt ist sie gestorben jetzt hat es gemerkt ah da hinten brennt irgendwas guck lass mal da hingehen oh jetzt sind wir hier die ist weg er muss das Licht ausmachen dann zieht sie dich nicht mehr so dann zieht sie dich nicht mehr so sie ist aber skant sie ist wieder ein großer da müssen wir nur aufpassen weil da viele glasflaschen und so sind wie hier also hier die kommen hier in die Nähe der Minen da haben die viele Augeen gefeiert ah da steht zwei da steht auch noch einer das ist ein Baumstumpf und deine Mutter ist auch ein Baumstumpf da steht wirklich noch einer ach du heilig ah da bin ich gerade richtig erschrocken alter da mach mal clips ach du heilig tschüss Janik du bist ein blöder Wichser du lässt sie aus das ist mein Hahn da bin ich ganz oben alter du Wichser lässt sie aus alter sie haben jetzt nicht gesehen dass da was ist ach ja da ist der Mond da gehen wir hin und ist da jetzt aber keine Ahnung ob hier irgendwas ist oder nicht kann man einfach nicht warten dass das Tag wird oh hey da vorne ist wieder so ein Dude also wir haben doch ziemlich viel Essen ey im Auto wenn wir das nicht erwartet haben ich kann aber auch einfach durch alles durchlaufen ich kann auch an dem Dude da vorne vorbeilaufen aber ich weiß jetzt nicht wo ich hier genau bin komm ich hier Richtung Fishing Village oder weiß ich nicht ich hoffe jetzt einfach den wir sagen jetzt kann halt nicht immer ewig sprinten und mein Ding hält halt auch nicht ewig oh nein und Janik ist tot ne sie ist weg ok ah ich hab hier ich bin bei Fishing Village muss nur noch ein Bootmotor finden und dann und ein Boot ja vielleicht hab ich ja Glück und der Bootmotor ist beim Boot ich hab keine Ahnung wo mich der Pfad hier hinführt ich hab keine Ahnung wo mich der Pfad hier hinführt mächOs da ist so weit Laufen ich ponytail ich kann nicht rein wir wollen wie viele von den einen Dutschi halt immer rumchillen chillen hast du wenigstens meine knarre mitgenommen jetzt bin ich direkt beim fischerdorf hier vorne moin ist einmal noch mal eine knarre also durch munition alter yannick bist du tot und dann kommt so ein scheiß fisch wie kann ich das leise öffnen eigentlich ja du musst da das ist ein minigame du ronk ja aber wie ich bin tot glaube ich ne doch nicht hab's noch überlebt wie sie dann muss ich da dann einfach diesen die und dann kannst du musst du diese musst du es dann machen wenn du wie dann machen wir nicht wenn dieses weiße dran ist dieses gezackte ja ok das hat man gehört jetzt kommen die 3000 mörchelmörder ich sag ich hab jetzt ne zündkerze oder was oh ja ich hab kein bootmotor oh da vorne ist auch schon wieder ein so ein dude alter in das haus kann ich nicht rein oder ich gehöre auf die andere seite aber da ist halt der dude müsste ich halt abschießen ja ich muss auf die andere seite gehen alter da vorne ist auch noch mal einer da der ist tot so ich bin jetzt in der Nähe von Fisherman's friends ah ich bin jetzt bei zu häusern mhm ich bin gerade in einem haus drin vergess dich gut zu drücken dann wo kann ich hier werden hier sachen hervorgehoben oder wie wo kann ich hier werden hier sachen hervorgehoben oder wie glaub ich mal ne das ist falsch der haus ja nick hallo ach da ja du bist weiter vorne ah da vorne ist der eine dude der stirbt halt einfach nicht der ist unsterblich brennt einfach mal aber das ist zu viel leben von jetzt auch noch mal einer ja nick ja ja ich bin hier ich weiß ich sehe dich ja da wollte ich nur sagen dass ich hier bin also wo müssen wir jetzt lang die 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 wir müssen wo hast du das hingeschaut da jetzt wollen wir nur ein bootmotor wie ganz viel glück haben finden wir den hier im ort ich springe einfach ins wasser ob die kollision nein wenn ich da reinfahrt bin ich tot wahrscheinlich alle items weg keinen ausweg gibt dann springen wir ins wasser also von marcus suchen wir von auf einmal kommt er Alter! So, wo ist meine... Oh, ich habe keine Flares mehr. Wie? Ich habe dir da einige gegeben. Ja, aber irgendwie zählt das halt nicht so. Hm, ist jetzt nur eine Leiche drin. Komm. Hier sehe ich ein Licht. Echt? Ja. Ist das nichts, nein. Der Ding. Oh. Luther, he was a holy man. Martin. Martin. Martin, Luther. Luther. Ja. Chillt halt, der ist der Typ rum. Hier war ich glaube ich schon, oder? Da war der Hund. Nee. Sieht man den Hund, oder? Den sieht man. Der fällt halt dann. Okay. Nee. Nee, das war das eine Haus. Okay. Wo bist du? Hier oben. Bei der Treppe. Ja, was machen wir jetzt? Ja, müssen wir woanders hingehen. Müsst du zur Kirche gehen. Oder unten ist auch noch ein Haus, aber da ist nochmal so ein Dude. Da ist so ein Fisch auf der Karte. Sollen wir mal zu dem Fisch gehen. Der Fisch ist das Dorf. Das ist eine Orientierungsmarke. Also wir könnten jetzt den Weg einfach da oben folgen. Oh nein, die ist da! Nein! Nein! Revenge! Shit! Das muss ich mal von da oben runterlaufen, Alter. Hast du dich da oben umgeguckt, oder bist du einfach bloß runter? Ja, von da runter. Hier ist nicht mal ne Spritze. Oh doch, hier ist ne Spritze. Ich weiß gar nicht für was, aber... Das ist ein komisches Spiel. Stimmt. Komm, jetzt lass mich nen Motor finden. Könnt doch auch einfach den Motor dann klauen, oder nicht? Könnt doch auch einfach den Motor dann klauen, oder nicht? Ja. Hier bei dem Haus von der Hexe. Also bei der Hexe da irgendwie noch so ein Hund. Jetzt bin ich da ganz oben. Jetzt bin ich da ganz oben. Mit Sicherheit, irgendeine auf jeden Fall. Du blöder Wichser, ich kann nicht mehr rennen. Ich weiß halt, du kannst halt überall hoch springen, ne? Ah, ich bin irgendwo. Äh, der gehört ja. Oh, cool. Guck mal in das Ding rein, dafür. Du findest da nen Motor. Kommt da bloß nichts. Über den Zaun fahm ich natürlich nicht drüber. Ich finde das interessant, dass der Ambienz-Sound das irgendwie leicht gestoppt hat. Oh, da sind wieder Krähen. Ist das n Haus? Was? Ich mach mal eher hin. Ich geh... Oh, ey. Wieso? Ich häng hier an der... Ich weiß nicht, was das hat der... Kann ich in die Küche rein? Nein. Ich könnte mir ne Phasmophobia spielen. Oh, da ist so ein großer Typ. Mit dem will ich jetzt nicht unbedingt vorbeilaufen. Hm. Passiert eigentlich, wenn du raus und rein gehst, Christian. Bist du dann wieder im Leben, oder nicht? Nö. Ja, Marine. Oh, ist der ist so immer noch tot. Nick. Nick? Ah, Janik hat hier hinten angezeigt. Glaub ich in die Richtung. Weißt du was da... da war nichts da war nichts settle dude, you can't keep my secret ok he is a sucker chill behind you, oh behind your mom i think we are behind that we already know where are you behind ok, for a boat to the lexicon you need two two crashtoff two crashtoff in a boat for cargo lift we need three we have one okay and for a boat there is one two crashtoff then you have to to the radio where is the on the other end of the card one 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 two 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 three two three two five six 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 geraped hier Also, dann spielen wir jetzt